Verketten von Texten Wenn Sie Texte aus unterschiedlichen Zellen aneinanderreihen möchten, können Sie eine Formel zur Hilfe nehmen. Markieren Sie dazu die gewünschte Zielzelle und klicken Sie oben links neben der Eingabeleiste auf das Gleichheitszeichen. Geben Sie nun Verketten ein und dahinter eine öffnende Klammer. Nun folgen die Zellennamen. Diese können durch einen Klick auf die jeweilige Zelle eingefügt werden. Zellennamen müssen jeweils durch ein Semikolon getrennt werden. Klicken Sie dazu zurück in die Eingabeleiste. Schließen Sie die Formel nach dem Einfügen der gewünschten Zellennamen mit einer schließenden Klammer ab und bestätigen Sie die Eingabe durch einen Klick auf das grüne Häkchen links neben der Eingabeleiste. Schönen Sie wiederholen Sie zur Eingabeleiste. Schönen Sie wiederholen Sie die Eingabeleiste. Vielen Dank.